So Leute, willkommen zurück zu Digimon World 2003. Wir waren im Inn und ich hatte eine Intention beim letzten Mal, wo es weitergehen könnte. Bin mir da aber nicht besonders sicher. Ah. Genau. Gute Kaffee. Wer A sagt, muss auch B sagen. Warum? Das sagt man so. Ich weiß, dass man sowas so sagt, aber es ist genauso wie der Spruch, du hast dir dein Bett gemacht, also musst du auch drin schlafen. Aber warum? Nur weil ich das Bett gemacht habe, weiß nicht, dass ich nicht schlafen muss. So man sich bettet, so liegt man, sagt man. Also da, wo du dich hinlegst, liegst du dann. Ja, gut, der Spruch macht deutlich mehr Sinn. Aber es gibt ja diese, ich sag mal, in Anführungszeichen modernere Version. Ja, du hast dein Bett gemacht, also musst du dich auch drin einlegen oder sowas. So, ich dachte nämlich, dieser Steg hier wäre mit der Stadt verbunden. Es sieht auf jeden Fall schön weiß aus, wie der in der Stadt. Kann jetzt natürlich auch passieren, dass wir wieder auf dem Südsorfer rauskommen. Ah, man weiß nicht so genau, wo wir rauskommen. Weil das ist die andere Möglichkeit, oder im Dschungel. Kann auch sein, dass wir vom Dschungel aus da hingekommen sind. Oder in einer anderen Stadt. Ich bin absolut ratlos. Aber jeder, wir sind uns zerstört. Ja, und? Haben wir eine Technik? Nein. Ich glaube, wir tauschen uns. Yuki-Mon wollte ich doch eh noch ein bisschen leveln. Auch wenn der Slycer gerne Greymon gelevelt hätte, damit wir Metall-Greymon und letzten Endes War-Greymon kriegen. Ich meine, ich bin auch, ich habe auch schon richtig Bock auf, wie nennt sich das, das Slash-Angemon? Ich weiß es gar nicht. Ist es Slash-Angemon? Ja. Ich meine, das singt auch ziemlich gut. Ja. HTTP ist Slash-Angemon. Was? HTTP? Ich weiß schon, Internet und so. Neuland. Ach, HTTP. Okay, ich habe HTTP verstanden. Hä? Was ist jetzt so? Ähm. Ich werde echt von diesem Monat wieder gestört. So. Ja, ich habe mir nur gedacht, ich meine, wenn wir schon ein Greymon haben, kann man es auch leveln. Ja, aber... Kyokiemon. Ja, Kyokiemon sollten wir auch viel leveln. Aber irgendwie wird gerade jeder Schlag, den wir machen, abgeblockt. Irgendwie war das normale Effektiver. Ja, irgendwie schon. Wie viel hat der Heat-Carder gemacht? Keine Ahnung, hat nicht getroffen. Ah, dann benutzt du nochmal. Ne, ich hau das vier jetzt erstmal um. Wir haben zu wenig Leben. Ja, okay. Das ist nicht Taromon gewesen. Ja, aber je schneller Renaman level 40 ist, dass so schnell kriegen wir das letzte. Ah, das kriegen wir auf level 40. Ja, die sind immer... Die normalen Digitationen sind auch 40 gefixt. Ja. Was weiß ich, ob 5... 5? Oder haben wir es auf 10 bekommen? Ich weiß gar nicht. Was? Die ersten Digitationen. Die erste haben wir, glaube ich, auf... Ja, genau. Wir haben 15, 20, 40 so war es. Oder 15, 20, 40. Ich glaube, es war 15, 20, 40. Dann müssten wir aber schon drei Digitationen haben. Das macht keinen Sinn. Wir sind erst auf dem Ultra-Level. Ja, wir haben ja erst zwei. Ich habe mir so gedacht, wir haben auch drei Digitationen. Ja, aber das sind immer so andere. Mein Fehler. Ja, dann war es auf 5, auf 20 und auf 40. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. So von der Strecke her würde ich sagen, es ist zu weit für die Stadt. Zentralsektor, Zentralpark. Shit. Ja, wir sind immer noch außerhalb der Stadtmauer. Ich will mich da nicht irgendwie rein. Ja, irgendwie bestimmt. Guck mal, ist da oben nicht... Guck mal, geh mal kurz wieder hoch. Also zurück. Was passiert noch mal? Ist das ein Steg? Was meinst du? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Könnte einer sein, aber... Ich glaube, es sieht wahrscheinlich nur so aus. Weil die anderen Stege sind ja alle ein bisschen abgetrennter und größer. Wir haben halt nur den Weg. Der müsste doch eigentlich reinführen. Warum kommen wir damit nicht rein? Und mit wem müssen wir reden, dass wir nochmal rein können? Das ist die Frage. Soll ich vielleicht mal eben nachschauen, damit wir nicht eine halbe Ewigkeit rum sind? Ja, ich bitte darum. Dann gehe ich kurz mit den Digimon zum Training. Tu mir den Gefallen, guck einfach mal nach. Bin gerade dabei. Auf was soll ich einen Renamon trainieren? Was fehlt uns denn noch so Feines? Nimm mal, just for fun, dunkle Energie. Davon haben wir nicht so viel. Dann muss ich zum... Ah, dann musst du zum anderen gehen. Ja. Macht ja nichts. Haben wir sonst sowieso nichts Wässiges zu tun, oder? Wie war das? Ja, solange du eh guckst, dann... Ja. Ich spiel einfach mit dem da oben wieder rüber zu Togomon und nehme das da. Harte Flashbacks bekommen. Ich habe gerade so... Ich habe mal gerade ein bisschen gescrollt und einen Satz gelesen, um zu gucken, wo ich in der Story bin. Also, ich sehe nur... Go to Gilmore, and he gives you the blue card. Ja, ja, die acht blaue Karte. Ja. Ach, das war eine schöne Zeit, als er Gilmore am liebsten erwirkt hätte. Nein, Don? Okay, dieser Warp-Show war absoluten useless. Also, nicht absolut useless, aber zumindest für uns absolut useless. Ja, der hört einfach bei Seepigmann auf. Da waren wir schon. Ist das nicht noch eine zweite Seite? Ne. Da steht nur schön drunter, Motto beendet soon. Äh, I doubt that. Ja, das ist irgendwie wahrscheinlich schon 20 Jahre her. Ich wollte gerade sagen, geht das überhaupt nicht so? Ja, es könnte halt wirklich schon fast 20 Jahre sein. Ja, es ist, stimmt, es ist aus, das Spiel ist aus 2003, aber im japanischen in 2002 Relays. Achtsin. Ja, ähm. Ja, weil das Spiel heißt ja im japanischen einfach Demon World 3. Genau. Ähm. So, das sieht dann doch dann deutlich aus. Das ist sogar auf Deutsch, was? Wahrscheinlich sagen die uns jetzt, geht zurück zu den Stadtbewohnern, rede nochmal mit ihnen. Das sind die Spezial-Items. Äh. Also wenn wir nochmal zu den Stadtbewohnern müssen, dann musst du mich durch die Wüste führen. Kleb dir deinen Bart an und schnapp dir einen Stock. Nein, ich bin nicht Gott, der, ähm, ne, was? Meinte Moses. Ja. Stimmt, Moses hat die auch durch die Wüste geführt, oder? Ja. Ich finde es super, wie der halt so die Ohrfeigen verteilt. Ja. So, ähm. Oh. Ähm. Wo stand das falsche Sephygmon? Nee, wo stand das falsche Sephygmon, das war in der Stadt. Nee, das war das falsche Ethemon. Ja. Nee, das war doch auch in der Stadt. Das haben wir doch auch bis in die Stadt verfolgt. Und dann hat sich rausgestellt, dass es in Wirklichkeit Ethemon war, dass es gar kein Ethemon war. Nee, warte, ja doch, nee, warte, soweit waren die schon. Oh. Oh. So, ähm. Hab auch gesagt. Wollen wir den Dorfbewohnern reden? Was? Was? Wir hätten einfach nochmal mit Darter von reden müssen. Ehrlich jetzt? Ja. Jetzt gehen wir erstmal hier und trainieren. Das ist... Das ist... Immerhin haben wir es jetzt schon besiegt. Na gut, man lernt nie aus, ne? Hallo Togemon. Das ist die Halle und ich will trainieren. Du sagst auf Dunkelheit soll ich gehen first. Ja, keine Ahnung, das Ding hat, das haben wir erst auf 70, warum auch nicht. Das ist nicht Dunkelheit, ist Maschine. Stimmt. Okay, meine ich, da kommen wir auf Maschine. Direkt 10? Ne, mach mal 5. Solange wir nicht alles verkacken, kriegen wir ganz gut Punkte dazu. Oh, das gibt Max HP. Nice. Ich glaube am Ende verlieren wir mich sogar noch irgendwas. Ne, dabei nicht. Ergebnisse. 21 Maschinenabwehr und 34 Max HP. Ja, wollen wir da nochmal 5 Punkte drauf geben, oder? Ja, wenn du sagst, du willst noch mehr. Ich meine, ein bisschen Max HP schadet ja nicht. Ja. Die Maschinen haben wir auch gleich auf über 100. Meinst du, falls wir nochmal gegen Datamon kämpfen? Na, das wahrscheinlich nicht, aber es wird wahrscheinlich noch mehr in Zukunft kommen. Oder ich weiß halt nicht, wie viele Maschinentypen es gibt in Digimoneraden. No. Ne, egal. 101, ganz knapp. So. Und dann noch 5 Punkte in... Wollen wir dann wieder Wind nehmen? Können wir machen. Ich weiß halt, dass diese Elementresistenzen auch teilweise irgendwas weggenommen haben. Kann sein, dass das jetzt auch nochmal mehr dazu... Mal gucken. Ah, Stärken verlieren wir. Also okay, das ist jetzt... Nee, eigentlich egal. So, Ergebnis. Wir haben 13 Stärke verloren, aber 32 Windresistenz. Gut. Dann haben wir alles mal da über 100. Das hat Padamons Lufestats. Äh... Maschinenabwehr. Padamon braucht Leben. Ja. Äh... Aber Padamon sieht nicht aus, als ob so eine Rakete abwehren könnte. Goddammit. Padamon. Ah. Are you kidding me? Ah, man. Goddammit, Padamon. Padamon trollt und zahlt hart. Padamon liegt schon überall zurück. Ah, nee. Gut. Ich würde sagen, wir gehen offscreen wieder zu Datamon. Ja. Das müsst ihr euch jetzt nicht noch antun. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Digimon World 2003. Bis dann. Tschüss. Äh...